Bereit für neue Techniken zur Bildbearbeitung? Dann sind unsere How-Tos genau das Richtige. Schrittweise führen sie dich durch verschiedene Techniken. Von Grundlagen wie Farbkorrektur und Begradigen bis zu originellen Effekten wie Duotone, Doppelbelichtung oder Farbexplosion. Wie niedlich. Landschaftsfotos perfektionieren? Bitte sehr. Bildbereiche verschieben oder skalieren? Schon geschehen. Zaubere einen effektvollen Hintergrund für den Nachwuchs. Oder lasse störende Objekte einfach verschwinden. Sehr hübsch. Und mit dem How-To-Musterpinsel lassen sich ganz besondere Akzente setzen. 58 How-To's. 1000 kreative Ideen. Unendliche Begeisterung.